neuer tag neuer blauer himmel dann bin ich nicht bin ich noch eher dichter daran als als jetzt so also jetzt jetzt hast du nämlich genau gerade mal seine seine schnauze vorne drauf weil so dicht fährt er ja selten aber du kriegst nix von der landschaft mit drauf da musst du aber deine haxen aber auch ganz schön anwinkeln ich schau zu das geht das geht schief das geht schief wie kommt es jetzt gar nicht mit füßen nein die drei mädels von der tankstelle oder die drei wanderinnen von der tankstelle ja Das ist ein bisschen ein bisschen, ein bisschen ein paar Bälle. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020